so wir haben uns besorgt von ultra starken magneten und so eine leine ich dachte es wäre mal witzig einfach mal so zu gucken nicht nur was gibt es so für fische sondern was findet man vielleicht auch für metallsachen und ich sehe da glaube ich schon einen angelköder oder ist das toter fisch hätte ich fast gesagt welches mal haben wir bierdeckel gefunden sonst ja hier vorne sehe ich auch schon einen bierdeckel ja dann holen wir gleich mal raus soll ich hier mein gesicht hauen bitte ja den bierdeckel kannst du mitnehmen ja so wer trinkt denn hier die hervor der säcke ja mach mal einen müllhaufen ich müsste jetzt eigentlich genau dann vorbeikommen was ist denn das das ist bestimmt müll papier oder so ein scheiß das ist ja nichts metallisches ich werde in dem gestrub hängen tausende angel sagen ich wollte gerade sagen hast du das überhaupt fest gleich ist es weg ich habe mich ein bisschen erschrocken ja was ist da eine flasche ist das was mit oder so eine dose noch ein bierdeckel und wieder der hervor der sack ey das ist ein serientäter dann das verstehe ich nicht guck mal was da liegt das verstehe ich nicht wenn man angelt und dann so ein müll ins wasser wird das muss echt nicht sein siehst du das ja fluss gibt es vielleicht ja sieht so ein bisschen so aus ja ich glaube das ist Kunststoff ja leider leider ist das nicht metallisch wenn ihr auch sowas macht wichtig ist beim einrollen immer einmal so und dann so das hat man nicht richtig gesehen dann wieder so und den nächsten drehen so und dann drehen und wenn man das nicht macht dann verheddert sich der ganze scheiß wieder und dann darf man jedes mal wenn man das auswirft darf man es enthettern ok ich werfe noch einmal hier raus und dann gehen wir woanders das ist mattig aber hier sieht man auch wieder wie das wasser zurückgegangen ist ja der wasser vorher da ne ja guck mal die libelle die will dein seil da hängt was was ist das tja das ist irgendwie blei ne blei ist ja nicht magnetisch blei ist ja nicht ja das ist irgendeinen bestimmten Metall ja keine ahnung irgendwas von der Arme ich weiß es nicht sieht auch schon sehr alt aus ja also bis da vorne war eigentlich so bis hier war eigentlich das wasser ja das macht dann die Temperatur ne jetzt ist echt schwer wir retten die Umwelt werden die jemals ausgeleert guck mal wieso ist das so schwer so der Mülleimer ist hier nicht da ja hier kann man grillen haben wir auch immer gemacht früher mhm oh da hat sich jemand erschrocken ich weiß nicht ich weiß nicht vielleicht ist auch hier schon sag ich mal sind auch schon hier schon viele Leute gewesen die das gemacht haben und du findest einfach nichts mehr ich mein was was erwarten wir zu finden keine Ahnung Angelhaken Geld vielleicht Münzen Bierdeckel Messer sowas in die Richtung oder mhm da hinten am Strand findet man so viel denke ich 3,5 der Menschen sind mhm auch mal ein Handy oder so Dennis hier nochmal am Strand lang ey Dennis hier sind die 5 Cent ja ja vorne 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 auch Geld verdient heute 5 Cent und dann und dann Ja, wer hat das denn jetzt so... Ja, wer hat das so scheiße eingelegt? Ja, da kommt noch ein Knoten. Oh nein, oh nein! Oh nein, oh nein! Oh nein, oh nein! Ab ins Wasser mit dir! Der kam gerade angespült. Komm! Na, nein, in die Richtung! Ja, weg mit dir! Immer so kleine Metallstücke, oder? Okay, nächstes. Nächster Test. Okay.